es 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 und herzlich willkommen zu einer neuen Trailer-Mod-Vorstellung. Ich zeige euch heute einen Kögel-Trailer. Die steht zwar früh auf, aber es ist ein Kögel. Und den findet ihr natürlich im Aufliegehändler. Den schauen wir uns heute mal an. Auf alle Fälle planen. Drei Achsen. Erstes gelüftet. Und dann schauen wir mal was wir hier alles machen können. Achsen 3 habe ich schon gesagt. Wir sind anscheinend auch, ach hier guck an, Metallic Lackierung. Wir sind auch schon, Skins sind keine dabei. Ne, Skins sind keine. Es sind zwar ganz viel hier was hinterlegt, aber so richtig Skins in der Form gibt es hier nicht. Gut, dann schauen wir mal was wir hier bei Anbaupunkten haben wir nämlich auch noch. Schauen wir was das so ist. Das sogar hier die Kurbel. Original. Lackiert. Blau, Grau. Lassen wir es mal rot. Was haben wir auf der Seite. Feuerlöscher. Auch nicht schlecht. Die nehmen wir natürlich mit. Und hinten am Heck haben wir, genau da haben wir hier noch ein paar Punkte. Schauen wir was hier noch so mit dabei ist. Achso Warentafeln. Ganz cool. 60-80 Schild. Auch nicht schlecht. Verschiedene Rückleuchten. Die sind auch nicht ohne, weil wir hier verschiedene haben. Kann man mal das Licht anmachen, dass man gerne sieht wie das aussieht. Einmal so, so und so. So. Coole Sache. Was haben wir hier noch? Auch verschiedene Kennzeichen. Guck an. Und Schmutzlappen. Den finde ich gar nicht so schlecht, weil der hier schon so geknickt aussieht. Und die sehen in echt auch wirklich ziemlich Banane aus. Die sind so Schmutzfänger. Cool Sache. Dann nehmen wir den einfach. Ja, der sieht doch schon mal gar nicht so schlecht aus. Den wollen wir auch gleich mal kaufen. Kaufen. Nach Nürnberg in die Garage schieben. Dann schauen wir doch mal in die Definition rein. Ach nee, erst muss man anhängen. Die Bude. Hier steht gekühlt. Frühauf. Also das braucht ihr nicht mehr. Ach, das stimmt nicht. Deshalb bin ich mal jetzt gespannt, was wir für eine Fracht haben. So. Frachtmarkt. Schauen wir mal, was wir mit dem Planen fahren. Wir fahren. Schauen wir mal in den Böck. Rindfleisch, Wassermelonen, Getränke, ja. Fischstäbchen, Joghurt. Also die Definition passt nicht zum Trailer. Das seht ihr hier, weil das alles Kühlware ist. Und der Trailer ist aber kein Kühler, sondern ein Planentzug, ne. Also die Definition passt hier leider nicht. Jetzt fahren wir hier mal raus aus der Garage. Schauen wir uns den Trailer mal genauer an. Was so mit dabei ist. So, jetzt bleiben wir hier gleich mal stehen. Und check. Mal wieder Flycam. Also, Trailerkabel passt funktioniert. Unterstützen. Ja, finde ich ganz cool. Schade, dass die Lakierte kurbel hier nicht... Ah, dass die Eltern sich nicht bewegt, sondern hier kommt... Ja, kommt halt einfach anders raus. Egal. Lifterachs habe ich schon erwähnt. Und ansonsten sieht er eigentlich soweit ganz cool aus. Ich habe ein Fehler gefunden. Und das ist hier, der liegt nämlich ganz schön... Hier sieht man es in der Verkleidung. Da liegt er halt ein bisschen auf, ne. Ansonsten ist es soweit erstmal ganz gut. Kurz zum Lichttest. Also, wir haben Positionsleuchten nur an der Seite. Vornein haben wir keine. Ich will jetzt hier mal das Hacken. Was ganz gut ist, wir haben beim Kennzeichen haben wir diese Beleuchtung da. Es wird zwar leider nicht ausgeleuchtet, aber es ist zumindest schon mal rot. Und ansonsten diese Lampen funktionieren hier auch ganz gut. Boah, also vornein mal keine Positionsleuchten, aber irgendwann an der Seite und hinten am Hacken, die funktionieren wenigstens. Was ist das? Das war's für heute. So, kommen wir ganz kurz zum Fazit zum Kugel-Trailer. Positiv kann ich erwähnen, ihr habt ein bisschen was zum Ändern, das finde ich gar nicht so schlecht. Ihr habt ja gesehen, hinten an drei verschiedene Rückleuchten, ihr habt Feuerlöscher, ihr könnt diese Kurbel in drei verschiedenen Farben abändern. Und das ist soweit eigentlich gar nicht so schlecht. Es sind zwar Skins hinterlegt, die funktionieren aber leider nicht, warum auch immer. Aber es ist halt nun mal so. Ansonsten, klar, Aufliegenhändler findet ihr den Trailer, also es ist schon mal auch nicht verkehrt, dann könnt ihr euch immer eine Garage stellen. Was ich jetzt negativ berichten kann, ist natürlich, die Definition, die passt nicht. Die Definition ist hinterlegt für den Kühler und wir haben hier einen Planzug. Und dass hier die Verkleidung nicht ganz passt, also da kann man es nochmal gut erkennen hier. Der Trailer geht praktisch hier in die Verkleidung rein. Das müsste auf alle Fälle nochmal abgeändert werden. Ansonsten, Liftachse, Animation unterstützen und natürlich Trailerkabel funktionieren hier. Das ist doch schon mal sonst nicht so ohne mit und ohne. Und ansonsten sieht er ja soweit ganz schick aus. Wenn das jetzt der Rest alles gepasst hätte, wäre es fast ein Best Class Trailer geworden. Ist jetzt hier leider aber nicht geworden. Und deshalb, naja. Vielleicht kann sich immer noch hinsetzen und das ein bisschen überarbeiten. Dann ist es echt ein cooler Trailer. Habt ihr Fragen dazu, dann dürft ihr es gerne machen. Einfach kommentieren, wie immer. Ansonsten einen Daumen da lassen und natürlich ein Abo für meinen Kanal, wenn es noch nicht getan hat. Und dann wünsche ich euch viel Spaß mit diesem Kühltrailer. In diesem Sinn, alles für gute Fahrt. Macht's gut. Bis bald und ciao. Wir sehen uns beim nächsten Mal.